Ich arbeite. Ich habe schon 2-3 Teile abgenommen. Hast du zu IMEX gewählt? Warum? Was? Was ist das heilig? Das ist etwas anderes. Ja, gut. Ich wusste nicht, dass es nicht falsch ist. Ich lese auch so. Ja. Ich mache es schon gut. 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 Wir können auch mal sagen, dass wir an einem Bauabend nicht hier sind. Wir müssen die Weiche machen. Und dass niemand anderes kommt, dass sie gefahren wird. Ich habe nicht gesagt, dass sie gefahren wird. Oder so, genau. Aber dann musst du die Weiche machen. 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 Das Problem ist, dass wir die Weiche machen. Das heisst, wir müssen die Weiche machen. Wir müssen die Weiche machen. Wir müssen den Motor drunter drücken. Wenn das alles schon angestellt, dann kannst du auch mal zu tun, was es noch nicht geht. Ja, logisch. Also, dann eins. Schonسب ist eine Leiche.